Herzlich willkommen zurück zu einer neuen Runde Gods of Sand. Erstmal sorry für die etwas längere Verzögerung. Wir sind gerade so ein bisschen auf dem Lost Ark Trip und versuchen da unser Item Level hoch zu pushen und dementsprechend sind die Spiele so ein bisschen in Vergessenheit geraten, aber nicht ganz. Hier sind wir dann wieder, oder ich, ich habe jetzt ein bisschen weiter gespielt, um euch nicht mit irgendwelchen Details zu langweilen. Ja, da das Spielprinzip nach wie vor relativ überschaubar ist, uns vorsichtig auszudrücken. Was wir jetzt so haben, zum Beispiel, wir haben hier jetzt unseren Drill Instructor, was auch immer der da hier in der Hand hält, das weiß ich nicht. Ist das eine Hand? Ich weiß nicht, was das sein soll. Das hier vorne ist kein Grafikfehler, das sind unsere Weinreben. Wir können jetzt mal in die Stadt gehen und schauen uns das Ganze an. Das heißt, was ich jetzt schon gemacht habe, ist, ja, das Training quasi so weit wie möglich zu pushen. Also mehr kann man jetzt nicht machen. Die habe ich jetzt noch nicht weitergemacht. Ich meine, das ist prinzipiell alles im Rahmen, aber nach einem Kampf sind meine Gladiatoren eh nur einen Tag verlässt das als am nächsten Tag. Deswegen weiß ich nicht, warum ich hier eine Masseuse kaufen sollte, aber wie dem auch sei. So, das Ding ist natürlich gut, das kaufe ich jetzt mal. Gehen wir wieder zurück zu meinem Ludus. So, was machen wir eigentlich die ganze Zeit? Oder was versuche ich die ganze Zeit? Also hier die Contracts habe ich jetzt mal rausgelassen. Irgendwie bin ich die alle eher bescheiden. Das heißt, was ich jetzt zur Zeit mache, ist eigentlich immer das Gleiche. Tatsächlich, also wenn wir uns hier unseren Sergej Jovita anschauen, der kostet pro Woche mittlerweile 622 Dukaten oder Goldstücke. Das heißt, der wird auf jeden Fall diese Woche verkauft. Er weiß es noch nicht, aber so ist es. Er wird verkauft. Ja. So, 7 AMO hier mal 5 AMO. Das heißt, er kriegt das und du kriegst den Kilt. Ja, also machen wir jetzt mal einfach weiter, was ich jetzt zur Zeit mache. Ich fahre mit dem Sergej halt immer diese zweite Arena. Das Spielprinzip hat sich bis jetzt noch nicht geändert. Ich habe jetzt ein Statement durchgelesen. Der Entwickler, sie versuchen auf jeden Fall in einem der nächsten Patches das Ganze hier ein bisschen dynamischer zu gestalten. Also was sie jetzt überlegen ist, neben den aktiven Spells, die man hier hat, auch passive Skills reinzubringen. Was auch immer das dann bedeutet. Aber im Grunde hat man dann immer mehr Möglichkeiten und Kombinationsmöglichkeiten. Und sie wollen die Gegner halt auch anpassen. Das heißt, zur Zeit ist das einfach purer Zufall, ob sie irgendwie gefährlich werden oder nicht. Das heißt, manchmal haben die einfach total sinnlose Skillkombinationen mit ihrer Bewaffnung. Wie zum Beispiel wegkicken auf kurze Distanz und sowas. Also manchmal sind sie halt mega knackig, weil sie super viel Block haben und dann einfach mit Live Leach Schaden machen. Das kann manchmal sehr frustrierend sein. Aber ja, das wollten sie auf jeden Fall demnächst mal angehen. Also wie gesagt, das Einzige, was mich hier im Kampf noch irgendwie zurückwerfen kann, ist der Random Faktor, der hier ab und zu mal eine Rolle spielt. Aber ja, mein Sergej ist einfach so übertrieben gut für diese Arena. Das heißt, er marschiert hier einfach so durch. So, was ich dann noch mache, ist halt, damit die anderen auch was zu tun haben. Also das geht dann jetzt hier mal ein Gladiator, den ich das nächste Mal da in die dritte Arena schicke. Und ich lasse ihn jetzt hier noch ein bisschen trainieren, noch ein bisschen reifen. Ja, der hat nur Renown 8, der Spekulose. Den haben wir ja irgendwann mal durch so eine Quest bekommen. Mehr habe ich mit ihm auch nicht gemacht, damit die Weekly Kosten nicht, ja wie beim Sergej, ins Bodenlose explodieren. Insofern machen wir mit dem, damit er zumindest seine wöchentlichen Kosten einbringt diese Kämpfe. Die allesamt total spannend sind, so geblockt. Ja, es war ein richtig starker Gegner für den Spekulosen. Aber es bringt halt, ja, so zwischen 20 und 30 Goldstücke dafür, dass das quasi geschenkt ist. Und mit den anderen beiden, die ich mir jetzt hier quasi erzogen habe, mache ich auch immer das Gleiche. Also die machen auch diese Schaukämpfe oder Trainingskämpfe. Hier sind die Kämpfe sogar noch spannender, ohne irgendwelche Skills. Aber wie gesagt, ja, wir machen das alles nur für das Gold, damit es ja auch nicht vollkommen umsonst trainieren. Und die sind zwar irgendwie einen Tag verletzt, aber irgendwie stört das den Trainingsfaktor nicht. Ich würde auch mal kritten, das wäre wesentlich schneller vorbei hier das Ganze. Aber ja, kaum nimmt man das Ganze mal auf, läuft es nicht mehr mit den Crits. So, dann gucken wir jetzt nochmal gut. Wir haben jetzt, ich nenne das jetzt einfach Mittwoch, Montag, Dienstag, Mittwoch, Sonnestag, Freitag. Das heißt, wir haben eine Gladiatoren-Gewerkschaft. Insofern trainieren unsere Gladiatoren nur fünfmal die Woche und bekommen einmal in der Woche ihr Geld. Alles pünktlich. Ja, ansonsten werden sie wohl streiken. Ich weiß nicht so genau, was passiert. So, ich muss das Ganze jetzt im Auge behalten, weil ich eigentlich ungern noch eine Woche den Sergej bezahlen möchte. Das heißt, was ich jetzt mache, ist, ich schicke ihn jetzt nochmal in die Arena zum Kämpfen. Blutung ist drauf. Ich stunde ich jetzt auch und dann mache ich mich fertig. So, mal gucken, was das erst Nächstes kommt. Ah, wir fangen wieder mit dem klassischen Stunt an. Die Blutung drauf. Auch normal drauf. Und dann ist der Kampf eigentlich auch schon fast wieder entschieden. Also, was wir jetzt geändert haben, man kann jetzt tatsächlich auch blocken. Vorher war das ja so, wenn man mit der Blutung ja geblockt hat, hat man die Blutung zumindest trotzdem immer bekommen. Das gleiche war mit dem Stunt, das heißt, man konnte zwar den Schaden des Stunts wegblocken, war aber trotzdem eine Runde später gestunnt. Das haben sie jetzt gefixt. Sprich, das geht jetzt nicht mehr. Spikulus nochmal, Amateure klatschen. Aber er will einfach nicht kritten. Es gibt halt nicht, ne? Das ist halt hier nicht drin. 28 Gold. Danke. Das ist halt hier nicht drin. Ich weiß, das ist furchtbar spannend. Aber ich weiß auch tatsächlich nicht allzu viel, was ich dazu erzählen soll. Das ist halt so ein kleines Farmspiel. Ich habe mich, warum hier die beiden Reben nicht mehr da sind. Da sollte man das offensichtlich immer noch mein Ludus. Aber ja, ist immer noch so runtergekommen, dass man das auch nicht irgendwie in den Griff bekommt. Das Bundesliga-Manager Professional von Warnbarnass. 92, 90. hat das hinbekommen, dass das Stadion irgendwie ausgebaut werden konnte. Das Einzige, was man hier sieht, sind halt diese Ölfässer zum Training. Das ist irgendwie dazugekommen, was auch immer das sein mag. Meine Schweine, die hängen hier halt und irgendwie habe ich einen Steinboden, aber ich sehe den nicht. Wie gesagt, den Drill Instructor sieht man und hier die beiden Reben sieht man halt auch. So, und jetzt werde ich den SR-Gate für 366 verkaufen, damit er mir morgen keine Kosten vor sagt. So, dann gehe ich jetzt nochmal in die Stadt und schaue hier nach halbwegs Begabten. Wir nehmen den Lorenz und den Jakob. So, gibt es hier noch irgendwie was Vernünftiges zum Trainieren? Auch nicht so wirklich, ne? Was kaufen wir noch? So. Dann können wir ja unsere, ähm... Was kriegst du? Das, du kriegst noch das und das hier. Ähm... Du kriegst noch den Killed. Und du bekommst das hier. Du bekommst das, 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 das. Und das hier. Und den Jakob, den müssen wir gleich noch ausstatten. Da kriegt aber die Mistgabel. Auch noch dazu. So, und du trainierst dann natürlich. Was war das nochmal? Er braucht Defense. Was du trainierst? Defense und du trainierst Agi. Genau, plus 20% Agi. Das heißt, das wollen wir natürlich auch dann primär trainieren. Ähm... Kämpfe ich mit denen schon? Da, komm. Können wir direkt mal machen. Ähm... Ich hoffe, die kriegen das auch hin. Aber müsste eigentlich... Oh! Äh... Die Ausrüstung macht doch schon einiges her. Ja... So, leider nur 19 Gold, ähm... Aber... Ja... Ganz wichtig, dass ich da immer drauf glück, ansonsten ist ja standardmäßig die erste, äh... äh... Das heißt, wir haben jetzt natürlich so ein bisschen Gold dazu bekommen. das heißt was wir noch machen wollen trainiert hier weiter die fans andre wir müssen natürlich mal passkett holen dass wir wollen den ds dingen haben wir nehmen den kirk hat mit weil ich jetzt gerade und den strike nehmen wir mit mehr wollen wir mit dem anderen nicht machen das heißt du kriegst jetzt auch das gleiche man hier einmal den kirk hat machen das machen den städtis strike und chip arm jetzt weiter die fans so trainiert auch noch weiter die fans hier müssen wir noch ein bisschen was aufholen hinten prinzipiell sieht ja erst mal soweit ganz gut aus im laden waren wir das heißt wir können jetzt quasi zum next day über wechseln und müssen jetzt auch die wöchentlichen kosten bezahlen und es sind nur 222 gold kommt das ist natürlich deutlich angenehmer als alleine die 600 hat vom ja sehr geht sehr geht so erst sehr geht auf hier aber noch mal ein bisschen was wo die schulchen kann die ist noch eine verbesserung trainiert hier weiterhin machen wir doch die fans auf 15 wo du kriegst die schuhe auch du hast die schuhe du hast die schuhe das heißt du bekommst jetzt auch schuhe und dann wollen wir mal gucken wie sich der andere hier in der in den pits schlägt als wir werden jetzt mit unseren zwei neuankömmlingen machen wir mal dann und chip armor so dann machen wir einmal clear cut und sagt kann ich geblockt werden wieder was ready nein wie der stand ja dann wenn wir ihn jetzt mal umhauen eigentlich ziemlich einfach wenn wir mal ganz ehrlich sind sind wir schon so ein bisschen immer scheinbar eigentlich wollte ich ihn erst dann das problem in die es gibt der falsche reihenfolge sind mal weiß mal chip armor hier 20 prozent armor weg machen wir den dort noch mal drauf ich blocke machen wir hier mal den strike damit ist der kampf eigentlich schon vorbei bevor er überhaupt angefangen hat so das gleiche machen wir mit dem simon der simon ist wir hatten natürlich so ein bisschen das problem das war gut ja das meinte ich mit total sinnbefreite skills also ich meine dieses wegkicken gegen ein fährt also in anführungsstrichen fernkämpfer ist halt ja ist man schon an seinen gegner dran und sorgt wieder für distanz macht keinen sinn eröffnen wir öffnen wieder mit einem dann machen den dort drauf da macht genau das gleiche hat sich das richtig der halt sich erst mal lieber wir machen jemals 20 prozent weniger amor erneuern den dort die müssen aber auch fast gar nicht hier die jungs also was mit dem haben wir jetzt mit zwei leuten fahren wir jetzt gold ich weiß aber gar nicht wofür ich bin das heißt ich kann mir glaube ich einfach diese spaßkämpfe sparen oder ich schaue noch mal oder war ich da war ich natürlich hier in wien sieb was noch einmal mit ihm weil der das so gut macht sind will ich mal wieder ein weg ach schade das hätte der erste krit sein müssen dann wäre dieser direkt man hätte gegen den petrich ja das heißt ich beende den tag dann jetzt auch mal lass die beiden hier in ruhe mal trainieren jetzt gerade so ich zahle jetzt 255 man diese kämpfe bringen die mir was überlegt jetzt gerade also eigentlich nicht da ich möchte mein wochengehalt irgendwie rein bekommen aber so wirklich was bringen tut's nicht das heißt ich werde jetzt wahrscheinlich einfach darauf verzichten und einfach paar tage vorspulen und ein bisschen nach dem rechten schauen was das training angeht und sollte das dann immer mal soweit sein werde ich einfach weiter trainieren beziehungsweise noch mal ein paar kämpfe machen damit ich so ein bisschen an das geld rankommen oder hat jetzt 18 die fans das möchte ich eigentlich nicht weitermachen machen wir noch ein bisschen was die liens das machen wir jetzt einfach mal zwei wochen wenn das soweit ist werde ich jetzt in dieser folge auf jeden fall noch mal mich an der dritten arena probieren ich habe da noch in der rechnung offen mit dem kollegen hat jetzt 16 was machen beide wenn wir noch ein bisschen stärker dazu wer braucht neue skills ich das richtig das heißt konzentration kann ich weg ich nehme mal hier alles weg so was wollen wir haben das natürlich das heißt wir wollen hier diesen reverse punch haben und ja dann schauen wir was gibt es dann hier unten er bekommt zehn stärke verliert aber das wäre natürlich jetzt glaube ich in dem kampf gerade sehr schlecht gut ich weiß natürlich nicht wie stark welche oder welches kind punkte die haben also alles das macht auch keinen sinn der text muss damit ja das wollen wir auf jeden fall haben ausweiten wir wollen wir wollen den ausweiten mantra will ich nicht haben ja will ich haben ich will auch wenn er die strike haben und ja was nehmen wir denn noch was ist natürlich nicht wie stark sie ist aber ich würde das jetzt erst mal so lassen und nimmt dann doch noch mal einfach mantra mit rein trainieren wir hier noch ein bisschen stärker wer soll die fans trainieren das ist richtig du trainierst noch ein bisschen ag du machst auch resilience sollte vielleicht noch mal kurz im shop vorbeischauen andererseits sind die items glaube ich jetzt vernachlässigbar weil spikus hat schon das beste gear spikulus das heißt wir trainieren jetzt hier mit ihm stärke das schwert basiert auch auf stärke das heißt wir kriegen 20 und setting bonus auf stärke das sollten wir dann auch natürlich ausnutzen 22 stärke dazu bekommen wir sind immer noch mal ein bisschen angeht ob das macht wird eine chance ja wird natürlich nicht schlecht ja gut ist das weiterhin du machst jetzt mit reality du bleibst da noch drauf ja und jetzt und jetzt und jetzt und jetzt und jetzt machen was machen was machen was ich habe ganz schlecht ist aber wir machen es trotzdem da ist jetzt für drei tage unterwegs die anderen trainieren fleißig drei tage lang ja du kannst hier weiter das ding trainieren so und jetzt geht's los dachte er kriegt schaden nicht okay das war ja schon mal nicht schlecht so komm her reverse punch also eigentlich müsste der schaden so bekommt er keinen schaden machen wir bleeding drauf wie job mantra ok macht was du willst ich beide dich jetzt einfach mal aus für 40 und dann war es das so das ist ja noch gar nicht okay ich probiere jetzt mal was pulse opponent deals damage based on the opponents distance and your gladiators mussten an mir dran sein probieren wir das jetzt mal so ich ziehe dich jetzt rein reverse punch nein ok das war jetzt sinnbefreit so komm her mein freund bam jetzt kommt das venom drauf die scheiße easy peasy und ich scheiße mir hier in die hose was ist es sauber der spikulose was haben wir denn hier gekriegt gibt plus 20 prozent ag die ever created also kam es muss für living kurses snake ja das heißt du bekommst jetzt die waffe und trainierst jetzt natürlich agi die ist nämlich agi abhängig du bekommst du bekommst du bekommst den hab ich selber auch schon 19 agilität 16 ag 16 ag du machst das jetzt du bist jetzt hier der babo und du machst stärker ja Ja, so, ich hoffe, euch hat es ein bisschen gefallen und ja, dass wir uns auch beim nächsten Mal sehen. Also uns fehlt jetzt quasi nur noch diese Arena. Die ist auch sogar schneller zu erreichen, die ist nämlich nur zwei Fuß entfernt. Da müssen wir mal jetzt schauen, wie wir das jetzt am besten machen. Und dann, ob wir natürlich, theoretischerweise, habe ich das ja gesehen, können wir auch die Zeiten kürzen, indem wir uns hier so Esel kaufen. Oder so müssen wir uns erstmal ein bisschen Geld beschaffen. Aber ja, wie gesagt, das machen wir dann, denke ich mal, bei der nächsten Folge oder in der nächsten Folge vielmehr. So, ich hoffe, wie gesagt, es hat euch gefallen. Lasst uns ein Like, ihr könnt das Ganze auch gerne kommentieren und wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Ciao!